Ich ermahne mich und euch. Und ich weiß, dass viele Geschwister sich über einen schwachen Iman beklagen. Möge Allah uns und ihnen einen starken Iman geben. Aber ich sage euch eins, der starke Iman kommt nicht einfach so. Er kommt nicht vom Spielen mit der Playstation. Und er kommt nicht vom Schauen von Netflix. Und er kommt nicht, dass man stundenlang irgendwelche Gespräche ohne Sinn führt. Davon kommt nicht der starke Iman. Im Gegenteil, davon wird der Iman schwächer. Sondern er kommt, indem du. Und das ist ein Rezept für dich. Ein Geheimrezept von Abu'l-Bara an dich. Ein Geschenk für dich. Und du brauchst mir kein Geld zu geben. Mach nur Dua für mich, inshallah. Hast du einen 50er da, dann khair, inshallah. Du betest deine Gebete, wenn du kannst. Alle fünf Gebete wo? In der Moschee. Wenn du kannst. Wenn du nur zwei schaffst, dann zwei. Wenn du nur eins schaffst, dann eins. Aber bete in der Moschee. Mindestens ein Gebet. Du machst deine zwölf Sunnan am Tag. Diese zwölf Sunnan, wenn man sie macht, dann wird man von Allah Azza wa Jalla was bekommen? Ein Haus im Paradies. Allahu akbar. Wenn du ein Haus im Paradies bist, das heißt, du bist wo im Paradies. Und du machst Zikr am Tag. Was haben wir gesagt? Welche Zikr-Arten, damit wir praktisch bleiben? Wir sagen? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa adim. Was noch? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Sehr gut. Subhanallah. Richtig? Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Halas. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Allah, das ist nicht viel von deiner Zeit. Und so wirst du erfolgreich sein. Dann liest du vom Koran zwischen einer Seite und was Allah Azza wa Jalla dir immer ermöglicht. Aber eine Seite mindestens vom Koran. Und jeden Tag versuchst du etwas zu spenden. Und wenn du kein Geld hast, dann mindestens, dass du in das Gesicht deines Bruders lächelst. So hast du alle Taten gemacht, die ein Muslim machen sollte. Und du wirst damit das Paradies bei Ibn Allah Ta'ala erreichen. Möge Allah Azza wa Jalla mir und euch das Paradies geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken, auf das wir bis zum Ende durchhalten. Und Allah Azza wa Jalla auf beste Art und Weise begegnen. Allahumma salli, wasallim, wabarik, ala nabina Muhammad. Waal aalihi, wasahbihi, aajma'in. Wabarak lofiikum. Wajazaikum, Allah khairan. Fuayaquatus, suyuh.